Hey Leute, heute ein Video und zwar, wie man ganz einfach ein Dampfboot selber herstellen kann. Also, was man dazu braucht, ist ein Stück Holz, das kann man sich in der Form ausschneiden, das habe ich jetzt schon hier gemacht. Dann braucht man dazu vier gleich lange Nägel, ein Teelicht und ein Ei. Das Ei muss man ausblasen, das habe ich jetzt gerade eben auch schon gemacht. Aber wie man ein Ei ausbläst, weiß ja fast jemand und sonst gibt es dazu im Internet sicherlich viele Anleitungen. Also das Teelicht stellt man dann dahin und dann macht man alle vier Seiten vom Teelicht einen Nagel rein. So, da muss man gar nicht so fest, so dass es halt gut hält. So, hier ist schon ein kleines Löchlein, da passt der perfekt rein. Und jetzt noch hier. Ich lege das einmal weg, dass es nicht kaputt geht. Also, wenn man das jetzt so gemacht hat, dann kommt auch das kleine Loch bei dem Ei. Da gibt es ein kleines, ein großes Loch. Das kleine Loch, da kommt ein kleiner Klebestreifen drauf, so. Und dann füllt man ein bisschen Wasser in das Ei rein. Das mache ich jetzt mal. Also, das Ganze zeige ich euch jetzt erst beim Trocknen, wie es funktioniert. Also, da ist jetzt ungefähr so viel Wasser drin, würde ich sagen, bis kurz unter dem Loch. Dann lege ich das so da drauf. Mit dem Loch nach hinten. Und mit dem zugeklebten Loch nach vorne. Dann zünde ich mal das Teelicht an. Und dann werdet ihr wahrscheinlich schon sehen, was passiert. Also, wie ihr seht, kommt da jetzt hinten der Dampf raus. Ich habe das Ei doch rumgedreht. Ich habe gemerkt, man sollte doch das dicke Loch zukleben und das kleine offen lassen. Und dann ist mehr Druck drauf. Und wenn man das jetzt aus Wasser stellt, dann treibt der Dampf, der hier rauskommt, das Ei an. Das probieren wir jetzt gleich mal aus auf meinem Teich. Weil das Holz so dünn ist, mache ich jetzt noch so ein Kissen drauf mit so Luftblasen. Drunter, das ist man eigentlich einfach fest. Das könnt ihr natürlich vermeiden, indem ihr einfach ein dickeres Stück Holz nehmt. Dann müsst ihr das nicht machen. Ups, jetzt probieren wir das Ganze mal aus, ob das auch funktioniert. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen warm werden. Also, da jetzt hier ein bisschen Wind ist und die Flamme von der Kerze weggepustet wurde, ich habe auch noch so zwei, drei Streichhölzer dazu gelegt, dass die Flamme größer wird. Und jetzt müsste es auch langsam fahren. Das ist jetzt noch, weil ich es angestupst habe, aber jetzt gleich. Jetzt funktioniert es, ich habe sogar hinten ein bisschen zu, da spritzt sogar schon Wasser raus hinten. Also, wie ihr sehen könnt, funktioniert das jetzt noch ganz schön gut.